Ich rede. Ich kann nicht glauben, wie du dich heute aufführst. Du schraubst und ich rede und sagst Sachen wie, liebe Kinder. Das ist ganz einfach, weil du zeigst uns heute, wie es ist, mit 40 keine Ahnung zu haben, wie man einen Schraubenzieher hält und dich das Kapaltunnel-Syndrom noch vor der Demenz erreicht. Also ich bin mir absolut sicher, hier fehlt was. Also ich bin mir sehr, dass ich keine Ahnung, was ichured das, Das ist. 236-236, Bähunthin? Das ist schon so schnell. Das ist so schnell. Das ist so schnell. Jetzt glaube ich jetzt noch wie ich meine Ahnung, die.. Das ist so schnell! Drogen! Töke! 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 Get ready for the next battle! Fight! Töke! 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 K.O. K.O.